Sie gibt mir keinen Blick, sie sagt nicht gute Nacht, sie lässt mich stehen und geht. Habe ich was anderes verdient? Was ist verdient auf dieser Welt? Verdient ist nichts. Staubpögel sind verdient für einen Herrn, wem mich aber geschenkt, hätte ich gerne einen Blick genommen. So einen halben Blick, geh nur hinauf. Sie hat gar nichts gemeint, als ein Glas Wasser haben, und nur vor meinem Anblick. Aber schotten hat sie wollen, und vielleicht, wenn sie nur spottet, wenigstens ist doch schon eine Gnade. Aber schotten hat sie wollen, und vielleicht, wenn sie nur spottet, wenigstens ist doch schon eine Gnade. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020